Hallo zusammen mit heutigen Produktvorstellungen möchte ich euch unsere neue NoKnot Vorfährstoff vorstellen. Sprich alle Vorfähr sind mit einem Knotenlos versehen auf der einen Seite und mit einem Snap auf der anderen Seite. Wie man schon sehen kann, die Knotenlos sowie die Snaps sind in schwarz matt gehalten, also richtig unauffällig. Erhältlich sind alle Vorfähr hier in 1x7, 7x7, Fluorocarbon und als Titanvorfach. Das 1x7 gibt es dann von 6 Kilo bis zu 20 Kilo. Das 7x7 Vorfach bekommt ihr zwischen 6 Kilo und auch 20 Kilo. Das Fluorocarbonvorfach zwischen 9 Kilo und 27 Kilo und das Titan noch in 9, 11 und 15 Kilo. Das Titan und das Fluorocarbonvorfach hat immer eine Länge von 30 cm und das 1x7 Vorfach und 7x7 Vorfach haben eine Länge von 50 cm. Wobei bei allen Vorfachen immer zwei Stück im SB-Päckchen sind. Zur Montage selbst, wie schon erwähnt, auf einer Seite verfügt das Vorfach über ein Knotenlos und auf der anderen Seite ein Snap, wo ihr dann einfach euren Köder, Spinner, Blinker, Wobbler, Kummifisch, was auch immer einhängen könnt. Und auf der Knotenlos-Seite kommen die Hauptschnur rein. Das zeige ich euch mal kurz. Hier habe ich die Neonbräde in Gelb. Zum euch verdeutlichen, wie es funktioniert. Hier legt ihr eine Schlaufe auf das Vorfach, wickelt es, hängt es hier ein, wickelt es ungefähr 8-9 mal über die Metallstange, sprich über das Knotenlos, zieht es einmal hier durch und der Knoten ist fertig. Sprich Knotenlos, nicht Knoten. Der Vorteil ist hierbei einfach, dass es sich nicht um Knoten handelt und somit keine Sollbruchstelle gibt. Die Tragkraft zwischen Hauptschnur und Vorfach wird viel höher gehalten, als wenn man hier einen normalen Knoten oder einen Snap anbindet. Und das sind hier einfach die Vorteile vom Knotenlos. Wenn ihr es noch nie benutzt habt, testet mal Knotenlos aus. Super schnell zum Montieren, kann dann nachher wieder abgebaut werden. Könnt ihr das Vorfach wieder in die Tasche packen, was im Knoten alles nicht möglich ist. Und die Tragkraft wird einfach viel höher gehalten. In diesem Sinne erhältlich in alle Varianten bei eurem Tackle-Dealer. Versucht es einfach mal aus und viel Erfolg am Wasser.